Guten Tag. Hallo. Kann ich Ihnen helfen? Ja, gern. Unter Wasser geht das ja, aber an Lanzwittinger schwer wie Blei. Sind Sie Mitglied? Nein, noch nicht. Und Sie, machen Sie das schon lange? Ach, seit ein paar Wochen. Ich muss mich noch dran gewöhnen. Ich kriege immer noch Mund gekriegt. Warum dürfen Sie eigentlich? Ein Freund hat es mir empfohlen. Ist das nichts für Sie? Vielleicht. Wie war es denn, Laura? Prima. Na, eine Verdächtige gefunden. Er ist von der Polizei. Also pass auf, was du sagst. Hat jemand im Halteverbot geparkt? Also Parkprobleme hat der bestimmt nicht. Wer? Wir ermitteln hier an einer Mordsache. Oh, die härteren Storys. Kann ich Sie zu einem Drink einladen? Da müssen Sie einen Augenblick warten. Ich muss mich erst umziehen und duschen. Gut, ich warte so lange. Okay, in 15 Minuten im Casino. Okay,ここ ist ein宮. So lassen Sie sich zum Beispiel ein Kimmel.